On leader for Alpha, ready to rock. Fit und wachsam müssen sie sein, die Soldaten auf dem Tessiner Waffenplatz Isone. Seit den 50er Jahren üben hier die Grenadiere der Schweizer Armee schwierige Angriffsaktionen bis zur Perfektion. Wie auch jetzt. Das Ziel der heutigen Übung, sie müssen diese Person mit dem Codenamen Lugano festnehmen. Sie befindet sich im Haus auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt wird es ernst. Eine Nebelgranate wird gezündet. Im Schutz des Nebels bewegen sich die Soldaten zum Zielgebäude. Bei der Sprengung wird grundsätzlich nur eine sehr kleine Menge an Sprengstoff verwendet, um niemanden vor oder hinter der Tür ernsthaft zu verletzen. Unterstützung bekommen die Grenadiere von einem zweiten Trupp aus der Luft. Im 18 Meter langen Cougar-Helikopter treffen die Soldaten die letzten Vorbereitungen. Sie gleiten am sogenannten Fast-Rope-Seil acht Meter in die Tiefe bis auf das Dach des Hauses. Das Abseilen aus Helikoptern ist eine Aufgabe, die in der Schweizer Armee nur Spezialkräfte wie Grenadiere übernehmen dürfen. Mit Sturmgewehren bewaffnet dringen die beiden Trupps an. ins Gebäude ein. Am Boden liegt ein anscheinend verwundeter Gegner. Doch die Grenadiere haben gelernt, dass sie davon ausgehen müssen, dass auch vermeintliche Opfer noch kampffähig sein können. Zur Sicherheit wird deshalb jede Person entwarnet. Und wenn notwendig, medizinisch erstversorgt. Mithilfe einer Blendschock-Granate versuchen die Soldaten nun, den Gegner abzulenken und handlungsunfähig zu machen, ohne ihm permanenten Schaden zuzufügen. Mit dem roten Laserpunkt hinten an der Wand signalisieren sie ihren Kameraden, dass ihr Stockwerk sicher ist und alle Gegner überwältigt sind. Auf dem Arm trägt der Grenadier ein Foto des gesuchten Lugano. Damit versucht er zu verifizieren, ob der Mann vor ihm wirklich die Zielperson ist. Die Übung ist ein Erfolg. Die Soldaten können Lugano festnehmen. Alpha bestanden, ready for exit in 5. Sie sind bereit. Untertitelung des ZDF, 2020